GameKeys GameCards Gold und Credits MMOGA Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen Ja, guten Morgen ihr Liegen YouTuber Part 21 hier Toastbrook in die Wand von der TLC Hier eigentlich wäre ich schon längst Ist mit der Aufnahme dran gewesen Aber ich sage euch Die Welt will es irgendwie nicht Mit dem Mikrofon Ich habe jetzt eine neue Tastatur Neue Logitech Tastatur Um besser zocken zu können Ist viel angenehmer jetzt Ups, die alte Und da war das Problem Da habe ich jetzt keinen Stecker Ja, da habe ich keinen Stecker Für mein Mikrofon Wie jetzt bei der alten Edition Und Aus dem Grund Konnte ich jetzt Irgendwie auf einmal nicht mehr so richtig aufnehmen Ich hatte ganz andere Anzeigen bekommen und so Und Ich habe ja einen Stecker am PC selber noch dran Von denen Das hat gestern funktioniert Ich hatte so eine Audio Testaufnahme gemacht Und Da hat sich das alles Wunderbar angehört und gesagt Wow, bessere Qualität ist als über Meine Tastatur Habe mich dann auf heute gefreut Heute ist Sonntag hier Ich habe gedacht Wow Wieder so ein Let's Play hochladen Äh, lol Finde ich schon direkt eine erste Minute mal Gold Ist ja lustig Noch mehr Und Und Ähm Ja Und dann kam es zu den ersten Schwierigkeiten Ich hatte ein Komisches Rauschen drin Wirklich absolut nervtötend Und Äh Habe das jetzt einigermaßen beheben können Ähm Ich nehme jetzt über Audio City auf Wenn es da ein Rausch noch drin ist Wird es etwas stumpfer sein Ich mache dann noch ein paar andere Sachen Wie haben wir gesagt Ich möchte Musik in den Hintergrund hören Ich tue das jetzt separat Dann noch einbauen Im Schneideprogramm Weil äh Sonst kann ich das nicht mehr so gut rumfiltern Alles wenn ich dann Musiksaum mit drin habe Und das Rauschen raus Dann Jetzt kann ich wissen wie sich das anhört Dann mache ich das Schluss endlich so Würdest du doch mal sagen Was eure Wunschmusik in meinen LPs wäre Dass hier Etwas beruhigende Musik ist Oder das sonst irgendwie Was weiß ich Ich tue jetzt in diesem Park mal Dinge rein die mir gefallen Aber eben leise im Hintergrund Es soll nicht äh Die Oberhand gewinnen Aber nur noch das dunkle Ne das ist normal Ich bin gerade ein bisschen irritiert Ich spiele gerade mit dem ähm Ach Der Name von Tech-to-Pack Alles steht im Link Ich weiß es nicht mehr Sphere DB-Craft Ihr kennt es wahrscheinlich oder so Ich wollte mal was anderes sehen Warum das Wasser jetzt so buggy ist Das habe ich keine Ahnung Oder weil eh meistens in den Höhlen rumgammeln Da sehen wir das ja so selten Aber ich denke mal das werde ich dann mal anschauen Warum das so blöd ist So aber jetzt erstmal Ha 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 Oh Eisen Du 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 Eigentlich wollte ich aber sagen Erst einmal baum bä die ganze Bude aus Aber jetzt kommt dann immer an Oh Unten ist Opsidian 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 Oh noch mehr irgendwo Opsidian Bin ich wieder durchs Loch gefallen Aber die Also hier waren wir schon mal Irgendwie Ach ne Sorry Wäre lustig wenn das hier so ein Ort gewesen Nein Jesus Christus im Himmel Bitte bewahre uns davor Ich habe echt null Laune auf irgendwelch dünnsches Monster da oben Ach Ich muss irgendwie eine andere Abbautechnik finden Bevor ich da wirklich noch runterfalle Muss man nicht hoffen Ja Eben wie gesagt wir wollten ja Eben hier Die ganze Bude umbauen Äh ich wollte es nicht So So Wunderbar Ich habe mich hier drauf gefreut Mal wieder für euch ein Part Minecraft Hochzuladen Part 21 Sind wir jetzt momentan Ist eigentlich schon Ziemlich weit oder Naja Kronke ist weit aber ist ja Wurst Der hat ja auch Zeit dafür Haha Ja Moment Jetzt ist schon was wieder passiert Blöde Schlaglöcher hier Polnischer Handwerker bestimmt wieder gewesen Ja Momentan habe ich leider nicht allzu viel Zeit Groß Videos zu machen Arbeit eben Schule Lernen Ja Eben Das ist alles ziemlich kacke Wenn das alles zusammen kommt Dann muss ich auch mal gucken wie es ist Wenn ich mit dem ganzen Scheißlehrer fertig bin Aber ich denke mal da werde ich trotzdem weiter Videos machen Also Ihr müsst jetzt keine Angst haben Oh wenn der jetzt da fertig ist Dass ich da Dass ihr da keine Videos mehr habt Das ist natürlich absoluter Blödsinn Das wird natürlich weitergeführt Eventuell vielleicht nicht mehr so oft wie jetzt Gut oft jetzt halt Ist ja auch nicht immer Naja Das ist natürlich kaputt Ach kann ich kriege ich jetzt mein Inventar mal leer Das ist mein größtes Manko Ich sammle so viel Schrott Ich brauch den Schrott nicht weil ich sammle einfach Ich weiß überhaupt nicht warum Ich kriege mein Inventar nicht leer Ich weiß genau wie in World of Warcraft oder in anderen Spielen Außer im DayZ Na doch Da kriege ich Auffall Und nicht so schnell Und wenn er voll ist dann würde ich eh schon danach wieder tot Schossen Ja doch was irgendwo oder Wasser Wasser Doch nicht Ja Dann kann ich So Gucken wir mal hier Ja Sicher nicht Bauen wir eh noch alles hier um Bauen wir schön um So und das nächste Spitzhack ist am Arsch Super Sache hier So kriegen wir natürlich unseren Kram kaputt Sinnvoll Ich glaube ich muss mal wieder am Monze Angehen Die machen da oben gerade irgendwie eine Technoparty an Da Voila Sind sich da unten abformieren Treten sie nach die Tür ein Und die ist jetzt aus Metall Eisen meine ich natürlich aus Eisen Und die kriegt man nicht so schnell kaputt Ich glaube die können die gar nicht kaputt machen Nur Holz Hmm Weiß es gar nicht Ne sollten sie nicht Können Äh Hups Äh Hört ihr das? Es ist schon Echo hier Äh 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 Daher kann ich ja mal so seine Wohnung aufräumen Was man so alles für Gegenstände wieder findet Höhöh Dreck natürlich Abbauen hier Ich will ja nicht Irgendwo runterfallen So. Ups. Kein Holz. Verschwenderei begehen. Das brauchen wir noch. Brauchen wir noch natürlich. Äh. 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 Ach. Ja genau. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Mit Eisenbahnen. Und irgendwo. Nichts mehr. Okay. Dann knallen wir mal. Dick hier rein. Halbieren. Knallen wir noch. Eisenherz hinein. Und ansonsten. Frottendes Fleisch. Mh. Abgehornen. Super. So. Und dann würde ich auch noch gern wenigstens einschmürzen. Uh. Können wir wieder ganz runter. Da werden wir natürlich auch noch hier alles aus Holz auskleiden. Ach es nimmt Gestaltern Leute. Es nimmt Gestaltern. Ist doch einfach cool. So. Wir können noch mal sparen. Uh. Ich muss mir schnell die Arme verringen. Nachdenken. Und sagen. Ich hab mal in einem Park glaube ich gesagt, dass ich irgendwo ein Lagerhaus bauen will. Aber das wird ein bisschen anders, das wird hier ein bisschen anders. Ich steck mal eher. Schau, ich fühle das Eisen. Das habe ich glaube, Hannah hat auch schon mal gesagt. Dass ich hier unten vielleicht meinen Schlafsack mache mit der Treppe nach draußen. Aufs Eisen aber. Also ich meine, Tür aufs Eisen. Dann, äh. Hoppala. Wie ist los? Ich habe doch wieder so viel gepennt. Wäre jetzt falsch. Noch mal machen, hm? Ach so schüttern. Acht? Ach, reicht doch. Schauen wir mal. Nee, weiß nicht. Hä? Loll. Du. Warte doch. Doch, es reicht. Dann. Was willst du tun? Verdammt nochmal hier. Ah. Hups. Gerade geglitscht hier. So. Das ist schon mal schön hier. Die Formen, die wir möchten. Genau. Warum ist das eigentlich so uneben? Das habe ich schon mal erwähnt. Gut. Hier hinten können wir. Neue Treppe. Hier jetzt. Ob hier. Äh. Ey. Loll. Sehr sehr unsicher hier, sehr sehr unsicher unser Rohbau. Gut, hier ist wieder ein Steine. Nicht, dass mich irgendein Pfeil ins Knie trifft, sonst kann ich nicht mehr weiterspielen. Weil ich früher auch ein Abenteurer war. Scheiße hier. So, das hier weg. Dann bauen wir hier auch mal eine Grundfläche hin, nicht wahr? Dann bauen wir da einfach eine kleine Treppe nach vorne. So, seit wann steht das hier offen? Also an den kann ich mir jetzt nicht erinnern, dass ich das geöffnet habe. Zwar bestimmt doch das, wo ich mal flüchten will, oder? Weiß das nicht. So, ich komme langsam der Sache nochmal näher. Vielleicht will ich behalten. Vielleicht nicht. Eigentlich guck mal was ganz cooles machen noch. So, ich habe hier noch mal was. Ich muss langsam mal hier so quasi mein Territorium erweitern. Jetzt habe ich jetzt so viel verrottenes Fleisch. Ich habe hier noch ein Glas, ne? Ich wollte ihm da so ein bisschen Glas in den Boden reinhauen. Weil das mal was anderes ist. So, hier ist noch ein Gold. Oh, mein Körper hat Hunger hier. Hauen wir mal die Äpfel weg. So, wunderbar. Mal gucken. Du meinst was? Weiß ich nicht noch die Äpfel hin. Das ist so eine attemptmung! Ich weiß nicht noch so extrem. Ich weiß nur, wie wenn du es seating hast, hingefallen, wie du es hier nimmst, saltanieren unditnessцу und schlauchen. Ich weiß nicht. Was aber blicken können? Ich weiß nicht. Immer natürlich, wirklich. So, haben wir schon mal 5, 4, ich hoffe das sollte mal kurz reichen, da sollt ihr auch nochmal weg, dann nehme ich eine schöne freie Fläche mal um zu sehen was da unten läuft, das ist eine coole Idee, finde ich persönlich, dass ich hier mal springen muss, wo ich schläge nochmal rein nach, wie Batman, Spinde habe ich dir gerade gesagt, und da sind es ja schon die ganzen Monster, guck, da bin ich aber ziemlich verhauen, ich wollte dich nicht da oben, na egal, also mal sehen, wen ich damit schon nochmal in die Irre führen kann, ich werde mich wahrscheinlich selbst nur daran erschrecken, nur lustig, ja, so, ja, dann tritt doch nicht jeder voll fast näher ist noch dran, so, und anders, so, stirb, 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 ja, müssen so, ja, geht in Ordnung, ja, jetzt kommen wir mal rum, so, es ist herrlich Leute, dunkel, wieder heller, coole, coole